Ach, da kann man es sich so richtig bequem machen. Der Big Lounge Alexis mit ca. 222 cm Breite und 145 cm Tiefe ist ein einmaliges und aufsehenerregendes Möbelstück. Der Lounge wird aus Wasser-Hyazinthen-Geflecht gefertigt. Die Oberfläche ist versiegelt und das Ganze im schönen, dekorativen Naturton. Inklusive mit 6 Kissen in 40 x 40 cm und natürlich ist die Auflage auch dabei. Optional können Sie auch den normalen Loungeer bestellen. Und den passenden Tisch gibt es selbstverständlich auch bei uns. Kennen Sie eigentlich schon unsere günstigen Finanzierungen? Mehr dazu finden Sie unter Zahlungs- und Versandinformationen.